Hallo Martin, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Im schönen Wetter, Garten. Sitzen. Am Wochenende ein T-Shirt und beim Arbeiten meistens ein Hemd. Ich würde auf die bestehende Stärke der Valida aufbauen, weiter optimieren und in der Begleitung von Menschen auch ausserhalb der Valida wachsen. Am liebsten das Personalrestaurant der Valida. Da wird mit viel Liebe gut kochen. Zum Glück findet beides oder nie gleichzeitig statt. Gute Gedanken entstehen mir immer dann, wenn ich es auf Papier festhalte. Samichlaus, als aktiver Samichlaus. Definitiv beides. Ich glaube die Herausforderung und meine Aufgabe als Leiter der Valida ist genau die beiden Sachen unter einen Hut zu bringen. Und wenn es nicht gelingt, dann das Herz. Wien. Als grosser Liebhaber von Wien würde ich mich jetzt für den Wien entscheiden. Danke. Zum Wohl. fout 2 25 25 25 45 45 41 45 45 47 44 Vielen Dank.